Hallo und recht herzlich willkommen auf Chaos Creative. Ich bin immer wieder überrascht über diese Katzenohren-Headphones. Ich habe das Ganze jetzt mal am MacBook Pro ausgetestet. Und ja, was soll ich sagen? Einstecken, wohlfühlen und losreden. Das Mikrofon ist relativ weit weg von meinem Mund. Manche Mikrofone muss man ja regelrecht fressen, damit überhaupt ein Sound ankommt. Hier haben wir wirklich eine sehr gute balancierte Mischung. Und man hört auch so gut wie keine Pop-Up-Geräusche oder irgendwelches Rauschen. Die Kopfhörer eignen sich übrigens auch sehr gut zum Zocken. Also man kann relativ gut lokalisieren. Wie schon erwähnt, ist halt der Bass sehr präsent. Den müsste man notfalls noch ein bisschen runterregeln, falls man das wirklich für Shooter nutzen möchte, um dann durch die Gegend zu rennen. Ja, ich hoffe euch hat der kleine Nachtest noch gefallen. Wenn ihr wünscht, dass ich das Ganze auch nochmal mit dem Adapter mache, den ich auch im ersten Video schon erwähnt habe, dann kann ich das gerne tun. Und das vielleicht sogar mal in einem Let's Play, damit man auch mal ein bisschen was Visuelles hat und ich euch auch nochmal sagen kann, wie das so sich richtig im Spiel anfühlt. Okay, das war's von mir und ich bin hier raus. Ciao!